Ja. Brauchst du irgendwas? Ähhh... Nee, geht eigentlich. Okay. Ach, Digga. Wo sind die? Ach, die sind da. Da irgendwo. Hinter uns sind auch Schüsse. Da, da. Da oben, ja. Ja. Der ist einer. Ich habe ihn 49er headshot. Ja, der ist noch. Okay, den load. Ja, gut. Bist du den gerade? Nee. Da ist noch wer. Nice. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Da ist ein Biggie. Kommt noch mein Auto. Echt? Digga, wo kommen die Autos mal, ey? Ich muss erstmal alles nachladen. Oder? Ich bin eine Schute. Da ist noch Biggie. Ist das ein Auto? Okay, Biggie. Äh, ja. Hallo. Wo ist ein Auto? Ich dachte, ich wäre die ganze Zeit ein Auto. Aber scheinbar nicht. Das wären sechs Stockwellen. Genau, Stockwellen. Ich weiß, dass du die brauchst. Ja, passt. Digga, wir haben jetzt schon 12 kills. Live, Digga. Du hast 12 kills. Lass mal den Boss holen. Lass mal den Boss holen. Lass mal den Baus. Lass mal den Baus. Den Baus. Äh, ne, warte. Wir können ja den Baus holen. Den Tresor. Ja. Ich vergaß, dass ich der so krass war und den ja schon geholt hab. Ach, ich hab die Medaille nicht, ne? Mann, halt deine Fresse. Ich glaub, drei Minis muss passen. Ach, nein. Ach, nee, ich kann die Kacke jetzt gar nicht mehr ablegen. Ach. Echt nicht? Ja, weil ich kein Inventar, der Button nicht geht. Ach, Digga, so weiter hin. Ach, so lol. Ich hab seitdem eigentlich kein... Ja, müssen wir halt aufpassen. Digga, das ist halt einfach... So weiter hier, ich bin gar nicht da. Ich hab seitdem, äh, eigentlich immer Solo gespielt oder so. Und da geh ich nicht auf den Bums. Hier ist noch ne Klaue. Und da einen Sack. Nochmal. Ganz schnell. Eigentlich. Du hast den St respect. Gut, ich will erstmal den Spanien. Also. Ich bin. Ich bin eigentlich okay ausgerüstet dafür, dass ich... dass ich nichts in der Runde gemacht habe. Wie hieß es hier, Balou, der Bär mit dem Flugzeug? Mit dem Flugzeug, ja. Der Brauchpilot. Echt jetzt? Da sind ja fast drei Biggies mit dem statt drei Minis. Ja, Minis gehen schneller zu trinken. So. Äh. Wo geht die nächste Dinger an? Können wir mal da zu dem Busch hochschauen. Ich habe jetzt schon wieder gar nichts zum Heelen dabei. Ich habe einfach vier Waffen. Ich bin so ein Hund, ey. Ich will zum Teil wahrscheinlich auch fünf Waffen werden. Ach, Digga, da läuft wer. Okay, ich glaube da war ein Headshot dabei. Das war der trotzdem ziemlich schnell. Doud. Ich glaube das ist echt schon einer meiner Klasse. Gegner da hinten. Ah ja. Hinter uns auch. Hinter uns ist auch einer. Was ist hinter uns? Hinter uns war auch ein Gegner. Ach da, ja. Alter, ich habe das erste Mal in meinem Leben geschafft, dass ich den so richtig eSport mäßig angehettet habe mit der Sniper dann auf Sturmgewehr gewechselt habe. Ah, das habe ich auch einmal gemacht, ja. Das habe ich auch einmal gemacht. Das habe ich auch einmal gemacht. Das war echt... Da habe ich ja dachte so, hä, wieso mache ich das nicht immer so? Äh, fighten die auf der Brücke oder fighten die? Ich habe jetzt halt keinen Scope auf meiner Sniper. Da unten. Ach, das ist der Sniper auf meiner Sniper. Da läuft einer. Ja, seh sie. Boah, wenn ich den snipen würde, das wäre krank. Ist der jetzt hier hoch? Nee. Ich weiß nicht, ob der andere jetzt hier hoch pullt. Nee. Ich glaube, die sind aber gut. Ich glaube, die lassen wir lieber. Digga, die, die, die. Ich finde Böffel. Der zielt schon. Ja. Lass, lass mal check. Ja, lass mal check. Lass, lass bisschen rotieren. Lass mal da rechts hinter. Lass mal da rechts hinter. Oh. Hier merkt man, finde ich immer ziemlich früh. Ich snipe es auf mich hinter mir. Hier merkt man immer ziemlich früh, wenn wir ein Geek ist. Und wo? Ach, auf der Brücke. Ach, Digga, lauf doch! Ach! Mann hat er oft vorbeikirsten. Voll schlechter Typ. Noob. Okay. Ja, dann können wir wieder hinten rum. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die hier pushen. Ich glaube, nerd. Ich glaube, die wollen echt die Brücke behalten. Da wäre ein Haus. Ah, Steps vor mir. Ja. Das sind die Kobolde. Da einer hat 100er. Einer dort. Der andere ist dahinter. Ja, als ob. Wie kann der nicht tot sein, Junge? Ach, Digga, ich habe wirklich nur noch einen Schuss gebraucht. Das ist so krass bei mir. Es connecten alle Schüsse außer der letzte dann. Ach, Digga, ich habe immer noch die, die Medaille nähert. Wie gek. Digga, wir könnten uns hier so gut verstecken. Früher bin ich immer einfach nur dumm draufgegangen wie der letzte Idiot. Aber... Ach, da. Da, da. Bei der Brücke wieder. Links am Stein. Aber es ist ein Zweierteam und einer alleine. Oh, hinter uns. Da. Hä? Da, der grabelt sich da irgendwie oder so. Oder so. Okay. Nur noch ein Zweierteam normalerweise. Ist so ein Biggie für mich. Ne, ich habe nur... Äh, der, der grabelt. Ich habe nur... Ich habe nur Medis. Der snipet schon. Der snipet schon. Der snipet schon. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht laufen. Digga, wie laufen. Mann, ich bin so ein Hurensohn. Mann. 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 Nein. Oh, ich wäre gerade beinahe hinterm... Ich wäre gerade beinahe hinterm Stein gewesen. Ich bin so ein elendiger Hurensohn. Ich bin... Ich habe so krass gepiekt hinter diesem Baum. Digga, 15 kills. Ah. 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 Mies. Ah. Ah.